Hallo, ich bin Janelle und lebe mit meinem alleinerziehenden Vater und meinem ältesten Bruder in Penis Lava. Bitte like und abonniert. Als ich aufwuchs, waren mein Bruder Mason und ich die besten Freunde. Er war nur ein Jahr älter als ich, also hatten wir immer viel gemeinsam. Wir konnten Brettspiele und Kickboy spielen, ohne dass wir uns gegenseitig auf die Nerven gingen. Und nachts redeten Mason und ich stundenlang im Bett. Dad war ziemlich verwirrt, wie wir gut miteinander umgehen konnten. Kinder, ihr wisst doch, dass ihr euch ab und zu streiten könnt, wie normale Geschwister, oder? Aber Mason und ich waren unzertrennlich. Es gab nur ein Problem. Dad bevorzugte mich total gegenüber Mason. Er ging zu all meinen Schulerführungen und Sportspielen in der Grundschule und war der lauteste Schielieder in der Menge. Passt alle auf! Das da ist mein Mädchen! Aber aus irgendeinem Grund hackte Dad immer auf meinen Bruder herum. Offenbar war jede Kleinigkeit, die Mason tat, falsch. Mach keinen Sirup auf die Eier! Iss kein Frühstück wie ein normaler Mensch! Hör auf mit den Videospielen! Ein Junge wie du sollte mehr Sport treiben! Bau ein bisschen Muskeln auf! Mason war wirklich dünn und klein und die Leute dachten oft, ich wäre viel älter. Er kam immer zu mir, wenn Dad ihn ärgerte. Warum hasst Dad mich so sehr? Was ist mit mir los? Mit dir ist alles in Ordnung. Du bist perfekt. Dad ist einfach nur seltsam. Aber in der achten Klasse bekam ich einen Vorgeschmack auf das, was Mason durchmachte. Ich hatte einen riesigen Wachstumsschub und plötzlich war ich größer als alle Jungen und Mädchen in meiner Klasse. Alle taten so, als wäre ich ein Alien. Hast du dir jemals den Kopf an der Decke gestoßen? Das ist doch nicht möglich! Das ist doch gar nicht möglich! Ich kann kaum über ihr Kinn sehen. Aber Mason hat mich immer gerettet. Wenn Kinder mich geärgert hatten, wen kümmert es, dass Janelle groß ist? Sie sieht älter und hübscher aus als ihr alle. Aber ich glaube, tief im Inneren war Mason erleichtert, dass mein Leben in der Schule nicht perfekt war. Wenigstens waren wir auf diese Weise gleichberechtigter. Denn zu Hause schien Dad mich jetzt noch mehr zu lieben, weil ich groß war. Große Menschen können alles werden, was sie wollen. Sie können Supermodel sein oder Basketballspieler. Unendliche Möglichkeiten! Aber dann, eines Tages in der achten Klasse, machte ein Mädchen eine Bemerkung, die Mason zusammenzucken ließ. Ihr Name war Alyssa und sie war neu in meiner Klasse. Alyssa war auch eine Kinderturnerin, die an Wettkämpfen im ganzen Land teilgenommen hatte. Janelle, bist du der Babysitter dieses Jungen? Wie kommt es, dass er immer bei dir ist in der Schule? Janelle ist nicht mein Babysitter, sie ist meine Schwester und ich bin nicht 14, zu deiner Information. Ich bin ein Jahr älter. Mason stürmte davon, die Augen brannten. Ich hasste es auch, als Masons Babysitterin bezeichnet zu werden, aber warum war ihm das so wichtig? An diesem Abend bemerkte ich, wie Jason nach dem Abendessen in ein Notizbuch kritzelte und nicht ein einziges Mal aufschaute, während wir zusammen fernsahen. Mason, was treffst du da? Nichts, nichts, sieh nicht hin. Aber ich konnte nicht aufhören, mich die ganze Zeit zu fragen, was Mason von mir verbarg. Und ob es ihm gut ging. Nachdem er eingeschlafen war, schlich ich mich in sein Zimmer und griff nach dem Buch. Und ich konnte meinen Augen nicht trauen. Mason hatte tonnenweise Liebesgedichte für Alyssa geschrieben. Sie waren wunderschön. Ich musste ihn überreden, sie ihr zu zeigen. Alyssa musste wissen, wie süß mein Bruder war. Aber am nächsten Tag fand ich ihn in der Ecke des Spielplatzes, wo er mit ein paar Jungs rang, während ein paar Kinder von der Seite zu jubelten. Mason, was machst du da? Wir haben einen Ringkampf. Plötzlich entdeckte ich Alyssa eine Menge. Wollte Mason sie so beeindrucken? Und er hatte sich gerade den Hintern versohlen lassen. Hey Mason, wie wär's, wenn du mit deiner Schwester ringst? Ja, komm schon Mason, lass uns ringen. Mason sah nicht sehr glücklich darüber aus, aber ich hatte vor, ihn gewinnen zu lassen. Zehn Sekunden nach Beginn des Kampfes stolperte er plötzlich über meinen Schuh. Er fiel mit dem Gesicht voran auf den Boden und es sah aus, als hätte ich sofort gewonnen. Wie fühlt es sich an, gegen seine Schwester zu verlieren, Alter? Haha, er kämpft wuchstäblich wie ein Mädchen. Mason wurde knallrot. Er rappelte sich auf und starrte mich an. Was ist nur los mit dir? Wie konntest du mich so demütigen? Ich wollte dich gewinnen lassen, aber du bist gestolpert. Mason ging wütend weg, um seinen Rucksack zu holen, aber ich war zuerst da und zog sein Notizbuch heraus. Was denkst du, was du da tust? Gib es zurück. Schau, ich weiß, dass es falsch war, aber ich habe deine Notizen gelesen, okay, und ich weiß, dass du nur Alissa beeindrucken wolltest. Wenn du das wirklich willst, dann mach es damit. Wie kannst du es wagen, das zu lesen und du hast keine Ahnung, wovon du redest? Ich habe mir Sorgen um dich gemacht. Du kannst später sauer auf mich sein, aber komm schon. Sag Alissa, dass du sie liebst. Sie muss die Gedichte sehen. Plötzlich riss mir jemand das Heft aus der Hand und als ich mich umdrehte, sah ich, dass es eine von Alissas Freundinnen war und sie stand auch direkt hinter uns mit halb offenem Mund. Oh, wir haben hier ein Loverboy. Ihre Augen sind so tief, dass ich ertrinke. Was ist das für eine Lahmheit? Mason entriss ihm das Heft und er warf mir einen hasserfüllten Blick zu, während er die Wuttränen zurückschlug und davonlief. Ich fühlte mich schrecklich. So hatte ich mir das alles nicht vorgestellt. Es dauerte eine Woche, bis Mason mich überhaupt ansah. Er fett sie mir schließlich, aber nach diesem Tag änderte sich alles zwischen uns. Wir haben nicht mehr viel miteinander geredet oder uns getroffen. Stattdessen wurde ich die beste Freundin von Alissa. Sie hatte den Vorfahr auf dem Spielplatz nie erwähnt, aber ich hatte immer noch die Hoffnung, dass ich sie eines Tages mit Mason verkuppeln könnte. Wir fingen an, ständig zusammen abzuhängen und eines Tages nahmen sie mich sogar mit zur Gymnastikstunde. Ich stand am Rande, als plötzlich alles als Trainerin auf mich zeigte. Hey, bist du auch eine Gymnastikschülerin? Ähm, ich? Nein. Du hast die perfekte Statur dafür. Wir haben noch ein paar Kostüme übrig, wenn du es ausprobieren willst. Bitte, Janelle, es wird lustig sein, dich bei meinem Training zu haben. Ich beschloss, es zu versuchen und es stellte sich heraus, dass ich wirklich flexibel war. Mein großer, dünner Körperbau, den ich immer gehasst hatte, war eigentlich perfekt für eine Tonerin. Oh mein Gott, du hast wirklich das Zeug dazu. Janelle, du solltest mit mir trainieren. Und von diesem Tag an begann ich mit dem Tontraining. Und als ich gut genug war, trat ich Alissa's Team bei. Und natürlich war Papa jetzt von meinem neu entdeckten Talent besessen. Er wollte mein Manager werden und tat alles in der Macht Stehende, um mich mit Agenten und Institutionen in Kontakt zu bringen und mich an die Spitze zu bringen. Du musst an jeder nationalen Wettmeisterschaft teilnehmen, Janelle. Wer weiß, in ein paar Jahren sind wir bei den Olympischen Spielen. Ich werde einen Star aus dir machen, Schatz. Mason hingegen beschloss, sich dem Schreiben von Theaterstücken zu widmen. Jeden Tag schloss er sich in seinem Zimmer ein und schrieb stundenlang. Die meiste Zeit sahen wir ihn kaum. Schließlich beschloss er, sich an einem schicken College für kreatives Schreiben zu bewerben. Und er wurde angenommen. Ich war sehr stolz auf ihn, aber leider unterstützte Dad seine Träume nicht so sehr wie ich. Du willst Schriftsteller sein? Dann kannst du auch gleich den Rest deines Lebens in meinem Keller wohnen. Ich werde keine Hippie-Schriftstellerschule bezahlen. Aber das ist mein Traum, Dad. Nutzlos zu sein ist ein Traum. Sieh dir Janelle an. Sie hat gerade mit Alissa in einem Wettbewerb teilgenommen, der mit 50.000 Dollar dotiert ist. Sie hat es schon weit gebracht und du bittest mich um Geld für deinen dummen Beruf. Das ist eine Riesenchance für Mason. Du musst ihm helfen, Dad. Er muss das selber regeln. Das ist mir völlig egal. Und dann ist er einfach gegangen. Mason, mach dir keine Sorgen. Ich habe einen Plan. Wenn ich den Wettbewerb gewinne, werde ich dir die Schule bezahlen. Wie auch immer, Janelle. Ist doch egal. Ich bin unwichtig. Das hat Dad immer sehr deutlich gemacht. Aber du bist mir wichtig. Aber Mason ist einfach weggegangen und hat sich in seinem Zimmer eingeschlossen. Ich habe ihm Zettel unter der Tür durchgeschoben, aber er hat sich geweigert, mit mir zu reden. Ich musste diese 50.000 Dollar besorgen. Ich trainierte jeden Morgen mit Alissa bis zum Tag des Wettbewerbs. Irgendwann beschloss Dad, mich nicht nur zu managen, sondern auch zu trainieren. Und er wurde verrückt. Morgen früh um vier, meine Damen. Die letzte, die kommt, läuft zehn Runden durch die Turnhalle. Bitte, tu was. Ich weiß, es ist schlecht, aber ich muss das Geld für Mason besorgen. Auf geht's, komm schon. Am Tag des Wettbewerbs wartete ich auf Barren, während Alissa ihre Übungen turnte. Das war's. Komm schon, Alissa, du schaffst es. Aber gerade, als ich schrie, rutschte Alissa vom obersten Barren ab und fiel auf den Arm. Alle versammelten sich um Alissa, während ich nach vorne rannte und versuchte, mich zu ihr zu quetschen. Aber plötzlich zog mich Dad weg. Hör zu, Schatz. Das medizinische Team kümmert sich um sie. Sie wird schon wieder. Der Wettbewerb ist noch im Gange. Du musst dich konzentrieren. Aber Papa, ich muss nachsehen, ob es Alissa gut geht. Das werde ich tun. Mach dir keine Sorgen. Geh jetzt. Mein Team hatte wegen Alissas Sturz eine Menge Punkte verloren. Aber als ich meine Kühe gezeigt hatte, habe ich sie alle zurückgewonnen. Am Ende haben wir sogar gewonnen. Ich stand mit meinem Team auf der Bühne und bekam eine Medaille und den Geldpreis. Mason konnte jetzt zur Schule gehen, aber ich konnte nicht aufhören, an Alissa zu denken. Ich rannte gleich nach dem Wettbewerb los, um sie im Krankenhaus zu besuchen. Aber als ich dort ankam, hatte Alissa bereits einen anderen Besuch. Mein Bruder. Mason, was machst du denn hier? Er kam, um nach mir zu sehen, gleich nachdem ich mir den Arm gebrochen hatte. Mason war den ganzen Tag hier. Alissa, du weißt, ich wäre auch gekommen, wenn ich nicht hätte auftreten müssen. In dem Moment sah Mason die Medaille um meinen Hals. Du hast gewonnen? Du bist nicht gekommen, um deine beste Freundin zu besuchen, weil du gewinnen wolltest? Was? Nein, ich wollte für uns alle gewinnen. Willst du wissen, warum ich gefallen bin, Janelle? Die Ärzte sagen, es war gegen Erschöpfung. Ich habe mein ganzes Leben lang Wettkämpfe bestritten. Aber du und dein Vater haben mich so sehr unter Druck gesetzt, weil ihr beide nur gewinnen wolltet. Kostet es, was es wolle. Ihr seid also schuld dran. Ich wollte das nie. Ich habe nur versucht, Mason zu helfen, aber ich schätze, ich bin zu weit gegangen. Ich verließ das Krankenhaus und rannte so schnell ich konnte zur Tonhalle. Das Licht war aus und die Halle war leer. Ich saß allein neben den Stangen und weinte, bis mein Kopf schmerzte. Dann klingelte plötzlich mein Telefon und es war Papa. Wie geht's dem Stargewinner? Dem Stargewinner geht's furchtbar. Alissa hat sich den Arm gebrochen und es ist meine Schuld. Ich habe viel zu viel Druck ausgeübt. Aber sie hat nur wegen dir geglänzt, Schatz. Alissa hat dich gestresst und du hast dich in der Situation besser denn je geschlagen. Willst du mich veräppeln? Du bist der Grund, warum ich gestresst war. Du wolltest nur, dass du eine Tochter hast, mit der du angeben kannst. Und wenn ich nicht gewinne, kann Mason nicht zur Schule gehen. Ich weiß, seine Träume bedeuten dir nichts, aber mir bedeuten sie einfach alles, Dad. Dad, ich legte den Hörer auf, bevor Dad abheben konnte. Ich rannte zurück ins Krankenhaus, um mit Alissa zu reden. Ich weiß, dass du sauer auf mich bist, aber ich möchte mich wirklich bei dir entschuldigen. Ist schon gut, Janelle. Es tut mir leid, dass ich vorhin wütend wurde. Ich weiß, dass dein Dad dich auch unter Druck gesetzt hat und dass du nur Mason helfen wolltest. Wirklich? Ja. Außerdem hat Mason mir ein paar Geschenke gegeben, als er bei mir im Krankenhaus war. Ich schaute nach unten und sah Seiten aus Masons Notizbuch. All die Gedichte, die er für lange Zeit für Alissa geschrieben hatte. Mason hat mir erzählt, dass er an diesem Tag sehr wütend auf dich war. Du hättest seine Gedichte nicht lesen sollen, aber ich schätze, dein Rat hat ihn nicht losgelassen und er hat sich schließlich entschlossen, es mir zu zeigen und ich bin froh. Wir umarmten uns. Und du hast es erraten. Mason hat Alissa schließlich für sich gewonnen und sie waren ein Paar. Und nur einen Monat später war Alissa wieder vollständig genesen und machte ihre Gymnastik. Aber ich musste mich noch um einige unerledigte Dinge kümmern. Papa, nur damit du weißt, ich rede nicht mit dir, bis du dich für alles entschuldigt hast. Beruhige dich, Schatz, ich werde es wieder gut machen. Wie wäre es, wenn du Mason Geld für die Schule gibst? Das würde helfen. Das machst du doch schon. Du bist der Vater, du solltest für mein College bezahlen, nicht Janelle. Ich bezahle dich nicht für diese Hippie-Schule. Ende der Geschichte. Dann rede ich nicht mit dir. Sei nicht so eine Drama-Queen. Deine Schwester jammert nicht so wie du. Dad, wenn du Masons Träume nicht unterstützen kannst, rede ich auch nicht mehr mit dir. Mason und ich haben uns beide von Dad distanziert und ich habe für Masons College bezahlt. Während er ein professioneller Schriftsteller wurde, reiste ich durch ganz Amerika und nahm an Gymnastikwettbewerben teil. Doch eines Tages erhielt ich eine überraschende E-Mail von Masons Universität. Darin stand, dass er seit Wochen nicht mehr am Unterricht teilgenommen hat und auch auf keine E-Mails geantwortet hatte. Das war seltsam. Ich hatte jeden zweiten Tag mit ihm gesprochen. Und als ich ihn fragte, teilte er mir die schockierende Nachricht mit. Janelle, Papa ist wirklich krank. Ich war sehr damit beschäftigt, mich um ihn zu kümmern. Deshalb konnte ich nicht zur Uni gehen. Ich wollte dich auch nicht beunruhigen, aber ich denke, du solltest ihn besuchen. Ich bin in der Nacht nach Hause geflogen und direkt zu Papa gefahren. Ich sah ihn am Bett und er sah sehr schwach aus. Papa, was ist denn passiert? Geht's dir gut? Oh Janelle, du bist hier. Ja, mir geht's gut. Ich bin froh, dich zu sehen. Mason hat sich wirklich gut um mich gekümmert. Das hat er wirklich, Dad. Er hat wichtige Dinge an der Uni verpasst, damit er bei dir sein konnte. Nein, ich hab's nur getan, was ich musste. Er ist mein Vater. Weißt du, Mason, ich hab eine Weile über die Dinge nachgedacht und es tut mir wirklich leid, dass ich so hart zu dir war. Ich hab nur versucht, dich dazu zu bringen, der Beste zu sein. Aber das brauchte ich nicht. Du warst immer ein tolles Kind. Danke, dass du dich entschuldigt hast, Dad. Das bedeutet mir wirklich viel. Ja, mir auch. Ich bin froh, dass du endlich siehst, wie toll Mason ist, Dad. Ihr zwei habt immer aufeinander aufgepasst, nicht wahr? Ich liebe euch, Kinder. Wir lieben dich auch, Dad. Und Janelle, ich weiß, ich sag es nicht so oft wie früher, aber du bist meine beste Freundin und ich lieb dich. Ich dich auch. Ich bin froh. Ich bin froh.